Wer zuerst meinen Namen spricht, kriegt dieses iPhone. Wie könnte ich heißen? Hast du eine Idee? Du siehst aus wie ein Max. Absolut richtig. Hier, 50 Euro für dich. Weißt du, wie ich heiße? Könntest du heißen? Ja, absolut richtig. Hier, 50 Euro. Weißt du, wie ich heiße? Ich würde jetzt mal Holger tippen. Ja, absolut richtig. Hier, bitteschön. Geld darf ich nicht annehmen. Aber gibts doch demnächst einen Doppeldein. Weißt du vielleicht, wie ich heiße? Ähm, ich glaube, Mandrea. Ja, absolut richtig. Schau, was wir dich haben. Wirklich? Mega cool. Vielen Dank. Das ist ganz kaputt gegangen gestern. Der hat es auf den Boden geworfen. Das ist für euch. Das ist geil. Danke.